Alter! Alter! Spring! Der selber schurt. Der selber schurt, wenn sie alle runterspringen. Nein! Stell dich hin! Der was? Wenn hier einer hinkommt, laufen wir sowieso alle von uns zuhause los. Der ganze Register kommt jetzt mit zurück. Die müssen wir jetzt aufmachen. Mann! Alter! Geht jemand zuerst? Was soll ich jetzt hier machen? Keine Ahnung, mach dir einen Kaffee oder so. Alter! Warte, ich werde jetzt einfach hier stehen. Warte! Das ist ja schrecklich. Doch nicht. Alter, es macht keinen Spaß. Jetzt kommt keiner rein, Alter. Das ist so ein Chaos-Raid hier, Alter. Geht ja ja. Das ist alles deine Schuld. Meine, du Stück Modder, Alter! Modder! Dreck, Alter! Aua! Du kriegst Schaden hier, Mann! Wieso kriegst du... Wieso kriegst du... Wieso kriegst du... Dann machen wir gleich noch für den Bauschrank dann die andere Setsche. Der kommt doch? Ich, 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 ich! Oder? Bist du noch in der Base? Was? Hast du die Leitern gefunden, die andere? wo die ja schon die englose lade ein schon er gibt es ruhig ich habe vorhin der waffen gecrafter das schon aber wäre schon mal ein bisschen was jetzt an plus gemacht und stürmt man nicht alle ran bitte leute die anderen oberzehen ich brauche nur paar sekunden muss ich nicht nach vorne kommen ich habe zu viel Komm, an die Tür überlegt, um runterzukommen. Nein. Boom. Warte, die Leiter ist ernsthaft kaputt gegangen. Oh, echt jetzt? Ja. Ich hab nur drei Stück, ja. Wir können nicht craften. Alter, was? 100 Scrap. Ist da ne Tür? Nee. Nö. Ding. Nö Ding. Nö Ding. Ja, hier, was ist das? Polter. Oh, nee, Alter. Ich will da ungern jetzt 2C4 dranhauen, Alter. Nee, tun wir auch nicht. Ja, dann lau ich aber nochmal zurück. Geht mal weg, ich tu jetzt 1C4 dran. Nee, können wir auch nicht, können wir auch nicht. Ich muss erst zurück. Oder hat noch jemand zwei Satchels? Du hast keine mehr, Bart, ne? Äh, Manni. Nein. Wir haben alles euch abgegeben. Ich baue erst die Leiter, sonst kommen wir hier nicht raus. Ach, verfickte Kacke, Alter. Was war davor? Was, komm, stell dich mal hier hin. Ich mach einfach Explode, Moni. So schnell wird er das nicht reparieren. Ich komm zur Base. Ja. Ja, warte, dann lass mich erst raus. Ich werd da jetzt nix dran schmeißen, bevor... Sonst repariert nachher die Base das nach ne Minute. Ich weiß nicht, wie der Intervall da ist mit der Reparatur. Wär ärgerlich dann. Schicke Kisten. Setz mal da, Leiter hin. Und bleib mal eben hier, ich bin sofort wieder da. Okay, mach mal hier wie ein Cut. Das war jetzt ne ganz komische Ecke da unten, ey. Das Zauber leckt wie nach Zauber. Ja, ja. Boah. Ja, Siro, mach den Rest. Musst du weiter in die Ecke gehen, oben am besten. Und dann schießt du ganz unten rein. Au. Au. Oh, Axis. Komm, Alter. Batsch, 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 Batsch. Brauchst du? Geht doch noch. Hier. Setzen wir mal grad ne Leiter hier bitte, bevor ich... Ich wollt grad sagen, meist mal ne Leiter ran. Ich freu mich jetzt wieder in das Shotgun-Trap wegrotzt. Du kannst doch von hier oben. Ja. Ich trau schießen. Auf die Kante. Ja, das weiß. Boah, das ist aber ganz doof zu sitzen. Mach dir einfach rechts ran. Ach du Scheiße, Alter. Kannst du vergessen. Deswegen hab ich gesagt, mach die rechts ran. Nen dummen Tor. Danach geht das. Ey, wer macht jetzt Luke, Luke? Ist nix. Okay. Ja, ein Zentrum. Alter! Alter! Spring! Ja, selber schuld. Selber schuld, wenn sie alle runterspringen. Nein! Stell dir schuld. Aua! Ach! Ja, was? Warnung. Selber schuld. Das ist, wenn immer alle direkt reinhüpfen. Das sah grad geil aus. Na, sie sind aber alle, wie so ein Klausel kommen die da hoch, Alter. Wir fischen. Oh, scheiße. Wir fallen jetzt gespawnd. Wer ist dort? Du kannst schon mal anfangen zu sch... Pass auf, pass auf, pass auf. Das sitzt direkt... Direkt an der Türkante. Alter, ich... Lass mich mal bitte hoch. Aua, 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 aua. Lass mich mal hoch, bitte. Ach, jetzt kommst du da unten rumwursteln wie du willst. Wo ist denn das Ding? Ach, da. Ich hab nur noch ein C4, also eine Töne noch. Danach ist Feierabend. Wer kommt da an den Rand, Manu? Ja. 2,48 noch, Alter. Da... Ist das alle? Ne, es sind nicht. Alle. Das ist alles. Mach mal. Ihr macht an... Kraft da unten. Boah, ich schau mich da rein rein zu gucken. Hört das grad noch so Flamme, Feuer und Flamme, Shotgun-Strap oder so. Ah, du geh runter. Ne, ne Tür. So, grüß mal dahin, 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 recht. Oh, Noisko ist tot? Ja. Ah, echt? Man ist sehr gestorben. Ja, wohl erst zu viele Gefühle. Ach, das ist das eine behinderte Kackbäuse, ey. Ich denke mal dahinter wird dasselbe wieder sein wie gerade eben. Oh, oh. Klickst du nach rechts, oder was? Hm. Oh. Da ist ein Roll. Bleibt uns anderes übrig, ja. Wie schnell er weg war. Ist das wieder euer Ernst hier? Ich bin eine Bienen. Ey, guck da durch die Grenze der Buddy, Alter. Er hört nur Pipi. Stimmt. Weg mal rein, war direkt neben mir. Oh, dicke Lootraum. Full. Wer ist es? Ich will die Namen sehen. Geht. Ja, das ist Scampi. Das ist Scampi. Das ist Scampi. Ich hab's gesagt. Ich hab's gesagt. Ey. Das Scampi der Monk. Alle noch. Ah, was tötest du mich denn? Stehst für den Weg. Hahaha. Alter. Nein. Aber hier ist nicht der Lootraum. Doch, hier ist der Lootraum. Neben den Dingern. In den Dingern hier. Meine Waffe. Oh, Schwefel. Spritzen. Ich mach die Schlafsäcke bitte als erstes kaputt. Wie ist das? Geht mal alle raus. Ich mach die Schlafsäcke schnell kaputt. Hey. Ich hab nichts zum Sprengen. Geht einfach mal raus. Ich mach die Schlafsäcke schnell kaputt. Oh, guck mal. Konfetti. Das sieht ja bekloppt aus. Ganz ehrlich. Hätte ich nicht mehr mitgerechnet. dass das wirklich die Base von dem Affen ist, Alter. Aber die müssen... Mach wir doch Schaden? Die müssen so viel Mut haben da unten, das... Mach keinen Dauerschaden. Doch. Jetzt natürlich. Doch, doch. Mach Dauerschaden. Geht alles weg hier. Jaja. Aber richtig Assi Mist. Krass. Das sind Assi Kugeln, Alter. Krass. Ja, endlich beschleunigt. Ich könnte auch hier ein bisschen hacken. Mario, gib mir mal der fette Geschwäfel. Ja, war gut. War hier Schrott drin? 100, 100. Das hat's auch nichts draus genommen. Aber... Habt ihr noch mehr? Also... Wir müssen ja überhaupt sein, oder? Zwei... Vier... Sechs. Das heißt... Wahrer Fall. Danklos. Entweder... Da, hier hinten sind wir. Acht... Sechzehn... Vierundzwanzig Satchels... Ey, ich liebe Armwürfe. Oder... 6C4. Was hast du denn jetzt überhaupt noch? Hier, die Tür. Nix. Ich hab nix mehr. Alter... Das ist... Schlecht. Wie viel Satchels? Entweder... 18 Satchels... Oder... 6C4. Eieieieieieieieieiei... Dafür fehlt auf jeden Fall noch Tetras, weil zuhause haben wir jetzt glaube ich nur noch 7 oder 9. Du brauchst doch schon alleine 8 für diese scheiß Rolltor. 24 meinten wo er, ne? Ähm... 16, 25 sind die Satchels. 24, ja. verspäht man aber brauchen wir auf jeden fall noch wenn und da wird die klug drin sein jetzt weil ich weiß dass dieser dieser gampi skunk die rumpi lumpi ist mir scheiße ja wie er heißt auf jeden fall hat der silent mich und noch jemand ich weiß nicht mehr da noch bei war so oft getötet wo wir alle die taschen randvoll hat ja da muss was drin sein da muss was drin sein 100 pro das heißt wir müssen auf die sprengstoff wir können doch nach rücken ja ne ich habe sprengstoff nicht erlernt das hat bad gelernt ich kann das nicht er musste rakete schreddern schnell doch wenn du dann kriegst dann kriegen wir sprengstoff es geht um den sprengstoff wegen c4 das heißt wir müssen jetzt machen 24 stück alt es reicht doch erst mal vier vielleicht haben wir auch was da drinnen wieso vier erst mal ein eintor und dann suchen wir uns aus ich habe das gefühl dass hier der bauchschrank drin ist ist das denn schon die die etage ja ist ja klar das ist die etage aber hier ist ja schon wiese wir müssen jetzt auf jeden fall hier weiter machen weil das sind wirklich assi gegner die dieser x lumpi kumpi rumpi stumm wieder schießt die hölle machen ist ja ganz irgendwas ich würde sagen es bleiben aber bitte ist bleibt mindestens einer hier nein wir haben doch die schlafsäcke weg aber trotzdem ich weiß ja nicht ob die hier ja und sagt einfach bescheid wenn ihr einer hinkommt laufen wir sowieso alle von zuhause los der ganze rest der kommt jetzt mit zurück die müssen wir jetzt aufmachen mann alter geht ihr mal zuerst was soll ich jetzt hier machen keine ahnung macht den kaffee oder so halte halt da werden kann man hier stehen warte ist das schrecklich ich habe nicht mehr damit gerechnet dass sie das habe ich wirklich ich wusste doch dass das ist nein komm alter er hat dann dieses blöde aber dann hast du ein gutes bauchgefühl gehabt nix bauchgefühl weiß woher ich wusste dass die das sind so wurdest doch als wir hier gefaltet haben zu zweit aus der base da beschossen ja das war es aber nur du der beschossen wurde scampi und der andere so sind freiwillig umgelaufen so liebe zuschauer da sind wir wieder nach der dritten pause zeit sind besorgt blablabla der leute natürlich an jeder mann ist das ja ich habe meinen aufzug gebaut und bitte nicht reich rein stürmen lasst mich bitte erstmal gucken ich nehme auch nichts raus wo die weg da ja wie weg da von wo denn ach so was ran die schiss und habt ihr da gesuppen sollen wir denn hin Aua geh weg komm schaden jetzt ist venedrian tot warum? weil der vor dir liegt 2 1 1 2 2 3 1 3 2 2 2 ich bin da oben in der Ecke rumvogeln und jetzt gleich werden wir voll weggerotzt, Alter jetzt sind da zwei Turo hinter ja mann, Alter, das wär der Ober- echt mal schock's hier aber die NVL fragen schon vielleicht schreibt das schon Discord aus, einer oh! ich weiß grad, wo ich zuerst gucken soll, dann aufpassen soll wie hat denn das Ding noch? 180 jetzt sei ich nahe, 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 nahe wie viel hast du denn jetzt noch? ich hab gar keine mehr das kann nicht sein 100 pro, ich hab gar keine mehr ich guck wieder zur Base jetzt, jetzt seh ich, wie im alle Fähl sterben ich schieß mal zwischen den Beinen, Alter nicht bewegen, nicht bewegen nicht bewegen das sei ein Brunner, Alter Vorsicht! das sieht doch schon besser aus zeig ich mal her ich hab auch noch nix raus, Alter pass auf, Manu, 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 weg, weg, wenn ich... oh Gott! ja? äh, ja, siehst du? jetzt haben wir oben echt doch noch ein bisschen hingetan explod ist das drin? okay, das sieht doch... das sieht schon viel besser aus das sieht schon viel besser aus etwas besser aus, ja ja? aha 22 erst mal gucken, was da noch ist hier ist es oh! 18 Satchels? oh, Alter, Holz gab's da direkt Oli gehen Schole, hier, 18 Satchels, genau ja, mach mal ruhig nicht alt rausnehmen, Leute, bitte ne, ich hab noch gar nicht... ich gucke noch gut, dann warte ich noch, bis ihr verliegt seid so ein paar 18er, Alter, ey weg, weg, weg erst mal was essen da hinten ist ja los ganz viele... jetzt kannst du kommen, äh, Manu hast du dich... oder bist schon... Alter! holz, Alter! hier sind 18 Satchels, du? steine da äh... 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 er holt dich gleich an einen okay oh, zwei Kicken kriegen ich stecke nicht mit gleich mal auf mein Nacken 18 ja, warte oh, ganz viel Stoff, Alter warte, lass ich flippe aus so wegschießen da... da... da ist eine Steinmauer drin für Udi oder hast du die schon? ich hab schon ich hab schon jetzt oh, schweig da ist der geil wir gehen auf Seite ey, nix geht mir auf Seite ey, wir machen die ja so Udi wie sieht's aus? was brauchst du jetzt überhaupt? oh, da ist Udi mal dran oh, okay alles klar äh, was will ich? was du mitnehmen willst was du mitnehmen willst abgesehen von den Satchels natürlich die ganzen natürlich sofort schon allerhandel hier ich weiß gar nicht wo die sind überhaupt ich wollte erstmal nur sorry, guck, mir ist das eigentlich da ja die Satchels kannst du schon mal mitnehmen dann haben wir das schon mal hinter uns ja, dann krieg ich jetzt nur ein paar von dir ist ja passt perfekt ähm, ja ich werde nur Komponente jetzt mitnehmen lass mich mal hier durch also was mich interessieren würde wäre vielleicht ähm, ein Laptop und eine Kamera dass ich da mal einen Tunnel machen kann einen Laptop haben wir hier äh, und die Steinmauer? hier ist ein holographisches Visier drin, ne? habt ihr das schon gesehen? äh, Katze mitnehmen, habe ich schon gelernt äh, Semis sind hier ach, schade, die ein Pieße kaputt warte mal hier hier ist ein Bolt, Leute, habt ihr gesehen? was hier ist ein Bolt was ist drauf? jo ja, nur Bolt aber ist egal, mitten nach Hause nehmen auf jeden Fall die müssen wir heute noch leeren das heißt, ich gehe gleich sofort schreddern okay, jo, Udi wirst du? hier bin ich hier war ja irgendwo 19 Elektroschrott drin, ne? hier, Schaps hast du? ja, 19 Mal waren drin, glaub ich, ne? wo? wo? ja hier, unten links in der Kiste unten links da ist ganz viel Kompos muss ich unbedingt gleich schreddern, ey Alter, das sind ja noch mehr Kompos ja, ja nice, das sind siehste, das sind unsere Kompos ich wusste es mp5 ist hier hab ich mal rausgenommen ich hab auch noch zwei mp5, wenn jemand will ja, passt ja, dann kann ich mal euren nehmen ja, Rüstung ist hier Arschviel was habt ihr da drüben jetzt gehabt? alles hauptsächlich Stein und sowas, ne? hier, Udi, für dich boah, Munition, ey brenn ich? was? wie? hier, oben oben da hopp ne, ich hab schon eine genommen das ganze Holz, da können wir gleich schon die neue Base anfangen, ey ja, packt euch voll Kistensteine, oh mein geil, Alter, endlich geil braucht ihr die Holzwende? ne, ne, ne darf ich raus hier, bitte? ja, die Steine müsst ihr auf jeden Fall mitnehmen wir müssen so vieles mit, ey, hier sind auch noch Steine und Mittel Munition und was also ich hab jetzt nur die Komponente und die Beute hab ich jetzt aber die nehm ich dann auch gleich schön, dass ich ja V-Kugeln schon kann, ey das Geile ist, wir müssten erst mal gucken, wo wir hin mit dem Zeug, ne? Wir haben gar keinen Platz erst mal nach Hause Hä? das war aus, guck mal also Israel steht da so Schrohflinte da, 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 da bringt nichts, ne? und sagt kein Wohle, guck nur da rüber Wollt ihr die hochjagen, die Dreier-Werkbank, oder wat? ich will die Dreier-Werkbank wegmachen, ja lass uns bitte jetzt erstmal looten und was nach Hause bringen, bitte so schnell wie es geht jetzt nehmt mal bitte, ey ich stack die ganzen Steine stimmt, ihr könnt ja hier Holz und Steine stacken da ist noch ne Schrohflinte drinnen, ne? was? ne Schrohflinte ist hier links unten noch drinnen, ne kaputte so ne gute naja, ne normale hier, ne, so ne, so ne Pamper ach so sonst nehm ich die mit ja die hat, die hat, die hat er mir weggenommen, der Penner aber mp5s on Mars Geschenke, oh guck mal, Alter, Schießpulver wie viel mp5s on Mars? on Mars, ja, ich guck mal, Schießpulver, ah ok ja, das sind meine alle ja, ja nice die hat er mir alle geklaut, der Penner, ey da kommt ja immer nur mit Python am Ecke der Mongo Munition, zack ich mal ein habt das Holz alles raus, ja? ne, ist noch zu viel Holz drin ne, ist das nur wichtig, dass wir die Actionbot lernen können links oben ist Holz, Manni stack dir das alles in der Düssel mit Toolkaputz ich bin voll, Alter aber wartet mal wo ist dein Neu-Score? bist du voll? voll ich bin voll Benedra, du auch? ja ach, ist ja auch noch ganz viel Stein drinnen hier hinten ja, ja wir müssen am besten jetzt schon mal sofort anfangen mit kleine Base zu beholen, um da ja, wir gehen jetzt erstmal nach Hause dann gehen wir zusammen schreddern dann nenne ich die Bolt und dann muss ich mir was überlegen wer steppt denn oben auf dem Dach rum? das wäre cool, wenn, bevor wir anfangen zu bauen habt ihr gehört? auf dem Dach sind wohl welche draußen Spieler ne, ne, alles ruhig leise, leise, leise bist du oben auf dem Dach? das Dach ist, das Dach ist, das Dach ist klar ich hab grad gedacht, dass da wär einer hier ist noch 10 mal Schrott, wenn einer möchte einer stecken kann ok, kommt hoch bitte ihr seid schon alle raus, ok ja, ja wir müssen jetzt zusehen wären wir mal direkt unten das Tür gegangen, wa? wie ich gesagt hab kommt dir mal nicht an, ne das ist aber da unten alles voll, Alter oben nichts egal, jetzt die Base komplett leer war schön, dass die so viel geortet haben das gibt gut Schrott aber los, ab nach Hause erstmal zwei Stück, oder drei Stück können ja nochmal zurücklaufen und die Reste holen da ist kaum noch was das ist nur Kohle ist egal, ich nehme da ist noch ganz viel Stein ne, Stein hab ich komplett gestackt in der Tasche dann ist nur Bauschrank auch? hm? Bauschrank? da war auch noch 10.000 nein hm naja, ich hab mir jetzt Fleisch genommen, äh, Double Barrel eine MP5 ähm, zwei fast kaputte, äh, Pappguns alter wir müssen weiter rechts, ne Na wo geh meinst Inncidos rein? nirgends geh jetzt in mein Bett rein nichtius das rade ich jetzt napp das stelle ich mir gerade vor du Sau ist das denn fertig weh ich bin durch die Decke joa gut naja war es jetzt zum Schuss doch nochmal ein erfolgreicher Raid hätte ich nicht mitgerechnet ganz ehrlichs nicht Ich hab eigentlich doch gehofft, dass die online sind. Ja, ich auch. Aber wenn die alle online gewesen hätten, hätten wir echt schlechte Karten gehabt. Ja, die hat immer wieder repariert und neu gebaut. Nicht mal das, nicht mal das. Das Problem ist, die können auch sehr gut schießen. Die sind nicht schlecht. Der Typ ist echt heftig. Ja, und schon heute Mittag haben wir die alle weggeflankt. Der Weihräucher, den mal immer noch mehr im Video. Herrlich, herrlich. Ja, aber der eine, der hatte, ich weiß auch nicht, das war eine Miete Aktion, wo ich mit Diamond und Neu-Score unten war. Der hat uns eins vor drei kaputt gemacht. Keine Chance. Und wir sind auch nicht die schlechtesten Spieler. Also Sadl und ich. Gut, bevor man jetzt total schlecht wird, sag ich jetzt einfach mal, Ich war nicht dabei, du Pisser. Das war's denn für diese Folge. Ich sag jetzt auf Wiedersehen. Ihr auch bestimmt? Tschö. 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 Tschö.